Rückrundenauftakt. Unser Spielfeuern im Järgenspiel gegen die Toos Hordl, deren Trainer David Zajas sich zu meiner Liegen ganz herzlich willkommen, Meißel, und für die Spielfeuern im Järgenspiel der Sujaladi. Ja, Herr Zajas, die Ravange zum Hinspiel ist Ihnen geglückt. Erste Halbzeit, denke ich mal, war es ein Spiel, das passte Ihnen, denke ich, weil nicht, da war die Spielfeuern im Järgenspiel sicherlich die beste Runde. In der zweiten Halbzeit haben Sie das Spiel mit Ihrer Mannschaft gedreht und dann nach hinten raus, denke ich mal, auch verdient Gewinn. Oder wie haben Sie es gesehen? Ich kann mich grüßenteils, oder guten Abend erstmal zusammen, ich kann mich dem erstmal grob anschließen. Ich glaube, die erste Halbzeit war fußballerisch von unserer Seite nicht unbedingt ein Leckerbissen, da hat man schon die eine oder andere Nervosität schon gesehen in unserem Spiel oder im Spiel mit dem Ball, sondern verteidigen wir in der Standardsituation nicht so gut. Da hat man schon wieder gesehen, wie wichtig auch Standardsituationen im Fußball generell sind. Gehen dann auch meiner Meinung nach verdient mit 0-1 in Rückstand, haben dann halt durch einen Fehler von Ergenspiel die Möglichkeit, trotzdem den Ausgleich zu erzielen, was wir dann halt nicht geschafft haben. Da müssen wir froh sein, dass wir kein zweites Gegentor kassiert haben in der ersten Hälfte, weil die sind jetzt in der zweiten Halbzeit wesentlich schwieriger. Wir wussten aber in der Halbzeitpause, dass wir die eine oder andere Chance definitiv noch bekommen werden, dass wir hinten raus noch Luft haben und aufgrund der zweiten Halbzeit kann man nur stolz sein auf die Leistung der Mannschaft. Wir haben defensiv bis auf das Gegentor nichts zugelassen, bis gar nichts zugelassen, haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen und dementsprechend aufgrund der zweiten Halbzeit, denke ich, haben wir auch unterm Strich verdient gewonnen. Zu den ganzen Turbulenzen vielleicht noch zwei, drei Worte. Ich meine, ob das ein Handspiel-Tor gewesen ist oder nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, kann ich aus meiner Perspektive nicht sehen. Auf der anderen Seite, wenn man die Reaktion der Ergenschwecker sieht, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er den ganz klar mit dem Fuß getroffen hat. Nichtsdestotrotz, wenn mein Spieler von dem Schiedsrichter gefragt wird und er antwortet dann mit dem Korrekten, dann muss ich davon ausgehen, dass er sich dann so Fairplay-mäßig verhält und auch die Wahrheit sagt. Ich glaube, es waren unterm Strich so viele Nicklichkeiten, auch nach dem Spiel, da können sich die Ergenschwecker und wir als Mannschaft nicht außen vorlassen, da hat jeder seinen Teil dazu beigetragen. Und ich glaube, das wäre jetzt zu lang, wenn wir das alles ins Detail diskutieren würden. Vielen Dank. Danke, David. Zayas sind von Seiten der Presse Fragen an den Gästertrainern, das ist offensichtlich nicht der Fall. Ja, Sui, der Kollege hat es gerade gesagt, die erste Halbzeit war nicht so, wie ihr euch das vorgenommen habt. Und in der zweiten Halbzeit war das dann nicht mehr so wie gewünscht. Sag du was zum Spiel? Ja, guten Abend an alle, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, die erste Halbzeit, richtig berichtet gerade, ging ganz klar meiner Ansicht nach auf unser Konto. Ich glaube, wir müssen da unbedingt, und das ist sowieso schon immer unser Problem gewesen, das zweite Tor vielleicht auch mit ein bisschen mehr Biss das dritte Tor machen. Dann führt man 2-0, vielleicht 3-0, meinetwegen auch 3-1, wenn man diese kleine, zugelassene Chance sieht. Und dann will ich den Gegner sehen. Wir haben uns vorgenommen, wir wollten schnell ein Tor erzielen, damit der Gegner gezwungen ist, noch offener zu spielen, mutiger zu spielen, mit mehr Risiko. Das haben wir geschafft. Lief auch alles sehr, sehr gut, auch in der zweiten Halbzeit, die ersten 10-15 Minuten, da bin ich mit zufrieden gewesen. Da war auch noch alles, ich sag mal, in unserer Kontrolle. Ja, dann diese besagte Szene. Ich hatte eine ganz klare Sicht und stand an der Außenlinie und der hat einen überragenden Hechtsprung mit dem Arm nach vorne rausgestreckt gemacht und hat das Ding reingeschoben mit dem Arm. Also da war das Tor von Aubameyang gegen Schalke noch gar nichts dagegen. Also ich finde einfach ganz klar, es ist traurig, schade, unverschämt. Der Junge kommt aus Amerika, vielleicht kennt er die Sitten hier in Deutschland noch nicht. Aber ich finde, man muss da fair play ganz klar sagen, was Sache ist. Und das gehört hier nicht hin einfach. So kippt das Spiel. So kippt das Spiel. Nichtsdestotrotz, dann muss ich sagen, dass meine Mannschaft den Faden verloren hat. Wir sind irgendwie nicht mehr richtig ins Spiel gekommen. Wir haben uns vielleicht auch zu viel mit Kleinigkeiten beschäftigt, ablenken lassen. Dann eine Szene, die immer wieder, ich glaube, fünfmal im Spiel passiert. Der Spieler läuft durchs Mittelfeld. Er schießt aus knapp 30 Meter und das Ding schlägt unten links ein. Ist natürlich ein überragender Schuss, passt da alles. Bei der Glätte auf dem Boden war es eh schwierig. Der Ball hat Fahrt aufgenommen. Beim dritten Tor möchte ich, dass wir nicht zu Hahn mit dem Rittbahn-Aftisch sind. Er hat uns schon oft genug gerettet und Punkte geholt. Und von daher müssen wir auch das akzeptieren. Also mir bleibt nichts anderes übrig, als den Gegner zu gratulieren zu den drei Punkten. Trotzdem mit einem ganz, ganz bitteren Beigeschmack. Aber mir tut es einfach leid für die Zuschauer hier zu Hause.